Hey Leute, wenn ich... Wenn ich heute tatsächlich ein paar Spenden zusammen bekomme, würde ich mir tatsächlich noch ein paar Millionen aufs Konto ziehen. Ich habe heute richtig Bock zu ziehen hier. Alter Schwede, Hazard ist am Start. Da ist das Ding. Abschlusspack, wenn das ein Abschlusspack geworden wäre, Alter. Ich hatte richtig abgetorzt. Set ist nicht mehr verfügbar. Ja, wir machen zwischendurch nochmal unser Freepack auf. Mit einem seltenen und das wahrscheinlich im Vertrag. Na? Ne, das war selber selten. Okay, sehr gut. Unglaublich. Unglaublich, incredible. Und wir haben noch 34.000 Packs hier zu ziehen. La 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 la. La la la. Hazard, damit ist nicht so schlecht. 33.000, also die gehen relativ schnell weg. E2. FIFA-Spieler, herzlich willkommen. Du hast den Dude-Style. Dude-Dude-Dude-Style. Mega-Probs mit dem Internet. Sag bitte nochmal an, was mit dem TS ist. Ich weiß nicht, was mit dem TS ist. Ich bin auf jeden Fall nicht drin. So. Irgendwie kriege ich ja zwei Animationen. Ist ja witzig. Die eine Animation habe ich eigentlich aus. Komisch, dass sie trotzdem angezeigt wird. Da muss doch noch was gehen. Was tut da los? Musa. Das alte, die alte Pace-Hure. Ich weiß gar nicht, ist die was wert? Ist die Hure was wert? Der Typ hat Wertenhöhe überhaupt nichts wert Weg mit dem Schrott Weg mit dem Schrott Achso und grüß Robby Robby, schönen Gruß Mach nicht so doll da Vor allem nicht zu zweit, miteinander Ich soll schon wieder sämtliche Leute grüßen Jetzt geht es wieder Lukaku Jetzt gehen nur noch Schwarze Zeig mal das ganze Totti Vergiss es, ich will jetzt erstmal hier die ganzen Die ganzen Schwatten ziehen Schwarzen ziehen, Entschuldigung Kann ja immer sein, dass jemand zuguckt Das ist ja nicht beleidigend gemeint Eigentlich, aber es gab ja schon einmal Eine heftige Diskussion darüber Alter Melli, du gehst mir auf den Sack Was ist denn los mit dir, Mann? Jetzt geht es irgendwie richtig ab Alles über Arsch Tja, solche Nachrichten kriege ich Ja Ich will mir mal vorstellen Wie deprimiert die Leute Ich bin Eigentlich bin ich ein Seelen Seelenklemmende Eine Million haben wir noch Das sind noch 29.000 Packs Jungs, Alter Ich ziehe hier nur die Big Packs Und da kommt nichts rauf Lukas Lukas Ich weiß gar nicht, Lukas ist auch nichts wert, oder? Lukas ist auch nichts wert hier Die sind doch alle nichts wert, Mann Die sind doch alle nichts wert Ich muss jetzt mal Leute ziehen, die was wert sind hier Leute, ich muss jetzt was ziehen, was wert ist Was, was wert ist Ja, komm, für 1.000 können wir ihn draufstellen In der Hoffnung, dass er 1.000 kriege ich noch Wir sind schon unter der Mille Gleich kommt Paul Und dann, äh Hab ich kein Geld mehr Sehr gut Ei, 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 ei Demsi Demsi Man, Leute Ich will ja nur ein Torti haben Übrigens Ihr könnt euch auf die nächsten Folgen freuen Denn Der Otaldo Ja Der hat was Blaues gezogen Caceres In Form Okay Das ist jetzt schon mein dritter in Form heute Ich will ihn nicht Mann, Alter Das kann doch nicht sein Komm, jetzt Jetzt, jetzt, komm Komm, Schorn Jetzt Otty Noch ein, noch ein Ah, Evra Mann, Alter Ebra Ebra Mann, noch Gut 1,5 können wir dafür Verlangen Wir nehmen mal 1,7 1,8 1,8 Ich muss aber ganz kurz auf den Transfermarkt Weil den wollte ich ja eigentlich gar nicht auf den Transfermarkt stellen, den Kollegen So Verein So Zack Vittich Vittich Ich hab Und Vittich Verkauft Also Ne, Leute Ich sag's euch Ich hab hier Oder Hab ich den schon verkauft Jetzt muss ich mal gucken Also Vittich 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 Und einmal hab ich ihn verkauft Ich hab schon wie immer Vittich gezogen, Alter Äh Was Komm Vittich Popo Fahr dich runter Grüß mich Darbo Ja Ich würde sagen Wer darf my ignoriert So Ich will doch nur 1 Totti haben 1 Nur 1 1 1 würde mir echt reichen Leute 1 würde mir wirklich reichen Ich will nur 1 haben Ich bin Ich bin total großzügig Ich Ich Oder was heißt großzügig Ich bin Wie sagt man Ähm Mir fällt das Wort nicht ein Ich Auf jeden Fall will ich nur 1 Sterling Wie alle Am Anfang Sterling haben wollte Ne Wollten Jetzt ist der nichts mehr wert Der Lappen Komm schon Komm schon Bitte 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 Erera Alter Mann Ich ziehe hier nur in Form Das kann doch nicht sein Ich will einen Totti ziehen Es gibt's doch nicht Alter Meine Meine Fresse Ich drehe hier richtig durch Nur In Form Oh man 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 Es ist unglaublich So Leute Wir fahren jetzt alle mal richtig runter Beruhigen uns jetzt mal Und schreiben alle In die Kommentare Und fassen uns dabei ans Ohrläppchen Wir sagen Woosa Und fassen uns ans Ohrläppchen Und wir machen die Augen zu Wir sagen alle jetzt Woosa Und schreiben in den Stream Woosa Und dann Machen wir uns so langsam daran Ein Pack zu öffnen Wir hören den Sound Und gucken Und sehen Dass wir nichts gezogen haben Alter Das gibt's doch nicht Meine Fresse Alter Da dreh ich durch Da dreh ich wirklich durch Mann 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 Alter Schwede Parejo Isaxon Den hab ich auch schon Millionen Mal gezogen Aber wisst ihr Wen ich noch nicht gezogen habe Und den werde ich in diesem Pack auch nicht ziehen Den Diaz XDXMass Du hast den Du 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 Dude Style Hey listen Guck mal Zelda begrüßt sich auch noch Die unglaublichen Animation Hier Aber es hat noch keiner gespendet Noch keine Spende Für uns Das heißt Dann ist um elf Ja Schluss Und wir haben schon elf Eieieiei Oh 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 Benteke Ein sehr cooler Witz gerade von Oh Ein Freepack Sehr cool Hey listen Ja da kommen auch ein paar mehr dazu Irgendwie Offensichtlich Ja läuft flüssig Ich hab den nebenbei an Und es läuft flüssig Also sehr cooler Witz Von dem Cousin Von Badeschlappen Warum können Frauen Nicht Ski fahren Falls es in der Küche Nicht schneit Dim dim Eieiei Leute das mit den Spenden Das müssen wir ein bisschen Mehr hinkriegen Wenn ich das jetzt Bald hauptberuflich Mache hier mit dem Stream Ja da muss ich mich ja Da muss ich ja irgendwie Ich muss ja irgendwie Die Runden kommen hier Mann Außerdem wenn man das mal so Aufrechnet Geht's eigentlich ne Stream unterstützen Für 50 Cent Wenn das Zehn Stück machen würden Hätten wir Fünf Euro Bam Und schon hätten wir Eine Stunde mehr Stream Biu Wäre doch ne geile Sache Oder Uuuuh Ah Skriddle Skriddle Hörnandes Auch nix mehr wert 700.000 haben wir noch Alter, wir ziehen hier nur 17.000 sind auch nur noch da Wir ziehen hier nur Big Packs Bobbycar, Hashtag Bobbycar Aga Aga, wie spende ich Mit der Handy-App Ja, weiß ich nicht Mit der Handy-App geht natürlich schwierig Wobei Ich weiß gar nicht Kann man da den Paypal-Link schicken Warte mal Versuch es mal hier mit Ich hab da jetzt Einen Link gepostet Ich weiß nicht, ob das funktioniert Mit der Handy-App Aber du kannst es gerne mal versuchen Sag das mal zu deiner Frau Carina Warum können Frauen kein Ski fahren? Was in der Küche nicht schneit Bitte keine Links Willst du mich verarschen oder was, Mann? Digga, du wirst gleich gebannt Ich kann Mods auch bannen, ne? Ist dir klar, ne? 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 Alter Ich muss mal Rules aufstellen hier Keine besseren Spasten hier Ah, Mann Badum Komm schon Ich will doch nur einen Ich will doch nur einen Totti haben Nur einen einzigen Komm schon, Mann Es kann doch nicht so schwer sein Es darf doch nicht so schwer sein Valencia Man Den will ich nicht Wer hat einen Xbox? Ich nicht 14.000 Packs noch Guarin Der Schlappen zieht einen Totti Der Otaldo zieht einen Totti Wer zieht keinen? Der Dambo Es kann doch nicht sein Das ist alles abgesprochen hier Das ist alles abgesprochen Ich weiß es genau EA Will mich Verarschen Hamshake Hamshake Auch nix wert Du bist auch nix wert Ne halbe Mille noch am Stiss Ne halbe Mille Kann ich gleich schreiben Kam im Stream super an Es sind die dicken Packs Aber es sind nicht unsere Es sind einfach nicht unsere Packs Obwohl es jetzt echt schon die dicken sind Also wir ziehen in den normalen schon nix Und jetzt ziehen wir nicht mal in diesen dicken Packs Was? Wir haben nur noch eine halbe Million Ja, ich sage nur noch Es ist einfach nur noch Man, Jugic Ich glaube auch der ist nichts wert Nein Alter, alter Schwede Ne, du hast nix verpasst Du hast nix verpasst Obwohl Wir haben Hazard gezogen Hazard Haben wir gezogen Hazard Eden Hazard Nicht den Gleppmacher Den richtigen haben wir gezogen Nicht den Faker Hazard 11.000 Packs noch am Start Und der Dr. Jones hat auch noch was zu sagen Der Johnson hier Du Sackgesicht Nein, alter Nein Nein Das kann doch nicht sein Das kann doch nicht sein, dass ich halt einziger Spaß hier nichts ziehe, Mann Das heißt nichts, aber Kein Totti Shaqiri Ich will euch nicht Ich will einen Totti Bitte, ey Das kann nicht sein Das kann echt nicht sein Das ist echt nicht euer Ernst, Mann Das ist echt nicht euer Ernst Silver David, Silver Ey, David? Ja, das ist jetzt David, ne? Ich hab die letztes Mal Hab ich jetzt immer mit David gesagt Ist der was wert? Der ist auch nix wert, oder? Naja Ey, es kann nicht sein Alle haben was gezogen jetzt Jetzt haben wirklich alle was gezogen Es kann echt nicht sein Es kann nicht sein, dass alle was ziehen Nur ich nicht Alter Schwede Leute, echt Ich dreh am Rad Ich dreh richtig am Rad Das ist so ein Lacker Das kann nicht sein, Alter Und wir ziehen nichts Wir ziehen nichts Und wir ziehen nichts, Alter Das gibt's doch nicht Leute Die Zeit ist gegen mich Und ich zieh nichts Ich zieh einfach nichts Ich zieh nur Alaba und Hazard Es sind noch 8000 Peaks da Es sind noch 8000 Peaks da Albany Eagle 90 Du hast den Du, 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 du Style Es gibt's nicht Es gibt es nicht, Alter Es gibt's nicht Unglaublich Unglaublich Es ist wirklich unglaublich, Mann Es ist einfach nur unglaublich Remzii Das haben wir auch Meine letzten Donator Damit ich auch wirklich sehe Falls tatsächlich jemand spendet Seh ich das sofort Wenn jemand spendet Dann seh ich das einfach sofort Kommt schon, Alter Kommt schon, Leute Wirklich Das Bobbycar ist gar nicht hier Das Bobbycar ist nicht hier Das ist es einfach Das Bobbycar ist nicht hier Leute Wirklich Ich dreh durch Ich dreh durch Das kann nicht sein Das kann nicht sein Das kann einfach nicht sein Es kann nicht sein Martinez Mann, Alter Kommt schon Bitte Lass mich nicht im Stich Tifa, bitte Du warst immer so schlecht zu mir Lass mich jetzt nicht im Stich Noch 5500 Tausend Packs Quadrado Ja, nicht schlecht Aber ich will Eigentlich ein Totti, Mann Was ist Quadrado gerade wert? Ja, gut Okay Ist auch nicht mehr so viel wert Und da haben wir den nächsten Follower Sehr gut Du hast den Du, 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 du Style Oh, Mann Oh, Mann Oh, Mann Und Quadrado Ist echt nichts mehr wert, Alter 8000 7000 Krass Meine Güte Stell mal 5.000 rein So, Leute Wir konzentrieren uns jetzt nochmal Es sind noch 4000 Packs da Da ist noch Ein Ronaldo für uns drin Wirklich Wenn ich den Ronaldo ziehe Dann ist Alles gerettet Echt Dann kann ich mich blicken lassen Vor Dr. Jones Vor Badeschlappen Vorurteil, du Aber nicht so Echt nicht so Wirklich Komm, bitte Bitte, bitte Es gibt's echt nichts, Mann Komm schon Alter Gibt's hier irgendjemanden Der für mich ist? Gibt's hier irgendjemanden Der auf meiner Seite ist? Oh, Mann Auch du hast den Dude-Style Schön, dass du dabei bist Hier in der Dude-Crew Nein Noach ein, noch ein Noch ein Ja, 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 ja Nein 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 4 Packs noch Leute. 4 Packs. Ok, 8 Packs. Hey, listen! Neymar! 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 Jawoll! Neymar! Oh, wie geil! Neymar! Jawoll! Jawoll! Sehr gut! Neymar! Starkes Ding! Starkes Ding, Mann! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Neymar! Sehr gut! Es war immer noch kein Totti, aber es ist einfach Neymar. Eigentlich war das eine echt starke Woche. Jungs, wirklich! Ich hätte mich in dieser Woche, glaube ich, wenn das Totti nicht da gewesen wäre, so unendlich viel gefreut schon. Ich habe Ibra gezogen. Ich habe Alexis Sanchez zweimal gezogen. Ich habe 6 Informs gezogen. Ich habe Suarez... Ne, Suarez habe ich in dieser Woche gar nicht gezogen. Aber ich habe Reus gezogen, Götze gezogen, Schweini, Lahm, Silver... Alter, wirklich! Neymar! Yes! Neymar! 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 Jawoll! Neymar! Oh, wie geil! Neymar! Jawoll! Jawoll! Sehr gut! named Untertitelung des ZDF, 2020